Mein Name ist Katja Langenbach. Ich bin die Regisseurin von »Das siebte Kreuz« nach dem Roman von Anna Segers. In dem Stück »Das siebte Kreuz« geht es um einen KZ-Häftling, Georg Heißler, der gemeinsam mit sechs anderen Häftlingen aus einem Konzentrationslager ausbricht. Wir schreiben das Jahr 1937 vor dem Zweiten Weltkrieg. Deutschland, wo die Nazis immer dominanter werden, wo aber die Bedrohung noch nicht so direkt empfunden wird. Wir begleiten diesen Flüchtling Georg Heißler bis zu dem Moment, wo ja quasi die deutsche Landesgrenze passiert. Und alle weiteren Flüchtlinge, die sechs weiteren Flüchtlinge, werden alle gefangen. Aber er schafft es eben. Er kommt durch. Ich glaube, es ist ein sehr berührender Abend. Ich glaube, er ist sehr fordernd und opulent. Und ich glaube, er ist wie so ein Trip, wie so eine verrückte Reise, auf die wir die Leute mitnehmen. Wie adaptiert man so einen Roman? Ich wollte wirklich eine Fassung für Magdeburg machen. Für diese Spielerinnen und Spieler, die ich jetzt zur Verfügung habe, die ich schon zum Teil kannte und sehr schätze. Und ich wollte, dass es ein Ensemblestück wird. Und dass wirklich jeder viel Spielmaterial hat. Und dass wir gemeinsam diesen Roman erzählen und uns aufteilen. Und ich wollte, dass der Roman ganz stark die Umgebung von den Protagonisten eigentlich thematisiert. Also die Gesellschaft. Also wir haben da wahnsinnig viele Figuren in diesem Roman. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Wie schafft man das mit fünf SpielerInnen, die diese Figuren bedienen, da schnelle Umzüge hinzukriegen? Und was für eine Theaterästhetik hat das zur Folge? Wir haben uns entschieden, dass wir das Figurenpersonal schon reduzieren. Und dass wir vor allem nie verstecken, dass es fünf Leute sind aus dem Ensemble, die sich diese Figuren teilen. Also wir skizzieren quasi eigentlich nur die Figuren hin. Und machen aber immer erkennbar, dass das heutige Menschen sind, die die auch bedienen und aufwerten und füllen. Und es gibt eine Figur, die wirklich durchgeht, die keine Wechsel hat. Und das ist eben dieser Flüchtling Georg Heißler, den wir begleiten von der Flucht, vom Ausbruch aus dem KZ bis zu dem Moment, wo er wirklich die deutsche Landesgrenze überschreiten darf. Und der darf einen großen Bogen spielen, der hat keine Wechsel. Und rund um ihn herum ist eben diese Gesellschaft, die das eigentliche Thema ist, finde ich auch, die wir eben durch ein reichhaltiges Figurenpersonal darstellen mit fünf Ensemble-Mitgliedern. Der Roman hat ja wahnsinnig viele Situationen, Szenen, Menschen, Figurenwechsel. Und wir wollten aber mit der Bühne auch eine Metapher bemühen, eine Setzung, ein Lebensgefühl zeigen. Und das hat eben zur Konsequenz, dass ich jetzt hier in diesem Gefängnis sitze, in diesem Verlies, was irgendwie so erinnert an, ja, doch tatsächlich ans KZ, weil die Gesellschaft zwar noch äußerlich recht intakt war, aber schon sehr marodiert von diesem nationalsozialistischen Machtgefüge und von diesem Terrorregime. und das Leben eigentlich als sehr brüchig empfunden wurde. Und deshalb spielen wir hier eigentlich dauerhaft in diesem Stahl-Ambiente, in diesem Stahlgerüst. Ja, es gibt ein Thema, das mich total fasziniert an dem Roman, und zwar die Gewissensfrage, die sich jeder Mensch selber stellen muss und immer wieder neu beantworten muss im Angesicht des Schreckens. Also wenn die äußeren Mächte, wie es heißt, auf einen einwirken und einen herausfordern, ist es mir dann noch möglich, Mensch zu bleiben, wirklich menschlich und human zu handeln, oder stehe ich mir doch selber am nächsten, was ich auch nachvollziehen kann, und schütze meine Familie und verweigere die Hilfe. Dieses schlimme Dilemma, was sozusagen in der Gesellschaft bei jedem, der diesem Flüchtling begegnet, anzutreffen ist, das hat mich fasziniert und ich finde, das ist die Hauptaufgabe, jetzt mit der Inszenierung, mit der Fassung, mit der Bühne das herauszuschellen. Ja, mich hat ganz besonders die Sprache fasziniert, wie Anna Segers diese vielen menschlichen Erlebnisse verdichtet in einer hochpoetischen Prosa. Das finde ich umwerfend für uns Bühnenkünstler und Künstlerinnen, daran sich abzuarbeiten. Ja, also ich finde, es ist unsere Aufgabe, immer wieder an diese Zeit zu erinnern und an daran, wie schnell uns sozusagen der Zugriff auch zu unserem Leben und wie wir das gerne führen würden, entgleiten kann, wie schnell wir unsere Freiheit verlieren können und wie wichtig es ist, dann eben einen Kern zu haben in sich und Werte, die einen tragen und weisen, auch durch eine schwierige Zeit hindurch. Das finde ich jetzt natürlich universal gültig und auch in diesen Tagen, wo wir auch merken, dass eine große Verunsicherung in unserer Gesellschaft ist und wir Überzeugungen verlieren und viele Nöte uns irgendwie auch plagen, dass man immer wieder sich darauf besinnen sollte, welchen eisernen Bestand trage ich in mir, so nennt es die Anna Segers, und was hilft mir sozusagen, das Wesentliche im Leben zu erkennen. Vielen Dank. Vielen Dank.